Nun ist ein Punkt erreicht, wo es nicht mehr lustig ist, weil der Durst überhand nimmt und es ist eine Qual. Und dieser Tümpel, meine Mitbewohnerin sagt gerade, sieht klar aus. Ja, wenn man genau hinsieht, ist das klares Wasser. Also ich will es jetzt nicht trinken, aber ich meine, allein dafür hat sich doch meine Haarkürzen gelohnt, weil es mir über den Kopf fliegen kann. Und das ist wirklich fantastisch. Es ist wirklich. Oh, der Kaul, krasse. Ja, jetzt. Naja, ich weiß jetzt auch nicht, aber zur äußerlichen Anwendung geeignet. Es ist wirklich besser.